So, ich habe wieder eingeschaltet. So, weiter geht's heute. Also hier ist die große Spinne und wir müssen jetzt wieder mal mit irgendwas Handgranate draufballern. Äh, Schrottflinte. Ja, steh auf. Oh nee, nachladen. Muss man näher hingehen? Oh komm, jetzt wartet der noch. Ah, jetzt hat er mich wieder, warte. Oh nee, lebt der schon nieder nachher. Komm, aufhören. Äh, Alter, ist da, wie, haben wir hier keine Funktion? Oh nee. Ja, mach hin, Mensch, Mann, wei, ja. Jetzt, 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 jetzt. Oh, der war schon da. Oh nee, ich sage jetzt nicht, dass der noch mal kommt. Das war jetzt nicht, dass der, das ist jetzt Video. Oh, weia. Oh nee. Und jetzt, Errungenschaft reingeschaltet. Ich habe völlig ehrlich gespielt. Ich spiele völlig ehrlich. Auf Schwierigkeitsstufe leicht, aber auf leicht ehrlich. Also völlig ehrlich. Ich habe nur unendlich Streikölz, das nutzen wir aber noch nicht. Habe ich jetzt einen Speichelpunkt? Ich habe eine Theorie. Ich leider nicht. Ähm. Stimme bla. Äh. Aber das Licht der Beacon Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Was? Leuchtturm? Aber wie ich schon sagte, es scheint als Stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Klinik. Ich verstehe nur Klinik hier. Ah ja, gut. Ähm. Der hat jetzt Probleme. Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt es dort Verbandszeug. Placid. McPlecid. Ne. McPlecid, da waren doch die Olympischen Winterspiele in 1932. Ah, da sieht mich einer. Kontrollpunkt. Äh, and now. Da hat mich einer gesehen. And now. Was muss ich now machen? What happens now? Oh, weia. Oh, weia. Warte. So. Alter. Der sieht mich immer noch. Ne. Ah, warte. Du sollst es nehmen. Das ist aber nicht die Nicole Kidman. Alter Schwede. Also, ich hab keine Ahnung. Jetzt ist hier wieder mal irgendwas los. Jetzt warte. Äh, hier ist wieder mal irgendwas los. Hier ist wieder mal was los. Jetzt war es so weit. Musik läuft noch. Also kommen noch mehr. Ich muss jetzt sagen, wo tue ich auch keine Zeit. Jetzt gehen wir mal da hin. Oh, ich bin schon wieder halb kaputt hier. Ähm. Ich muss da irgendwie durchackern. Was sagt denn die Lösung? Ähm. Blablabla. Er könnte blablabla. Müssten nun zwischen den Autos hindurch. Verbrauchen ehemaligen Polizisten, die alles tun, als wäre das noch nicht genug. Stehen überall explosive Fässer. Keine günstige Mischung. Auch schleichend hindurch kann man auch schleichend. Ein geschickt geführtes Scharfschützengewehr kann sich ebenfalls als Problemlösung erweisen. Die haben eine interessante Sprache. Seht nur davon ab, alle Feinde gleichzeitig anzulocken. Aha. Aha. Also hier ist wieder eine größere Action im Gange. Gut, jetzt erkunden wir erstmal den Bereich hier. Ob wir da noch was einsammeln können. Und wo muss ich denn lang? Ah, da hinten geht es schon mal nicht weiter, oder? Nee. Nicht so wirklich. Guck ich da nicht drauf. Also ich muss ein paar umhauen hier. Oder die Haubmichung. Je nachdem. Und irgendwo muss ich dann raus. Jetzt warte. Wahrscheinlich nicht hier, oder? Und das müssen wir jetzt mal irgendwie rausforschen. Dies müssen wir jetzt mal irgendwo... da hinten, da bei dem Verkehrsschild irgendwo raus, oder? Was war das? Schleich jetzt mal. Bei dem Verkehrsschild müssen wir irgendwo rausforschen. Klasche, die brauche ich nicht. Kann man da jetzt, wenn ich da jetzt drunter durchschleiche? Oh weia. Da hinten ist auch noch eine Bombe. Oh weia. Ja, wenn die jetzt auf das Ding schießen, bin ich tot, oder? Wenn die jetzt hier drauf schießen. Ah, ich muss zu dem Krankenwagen da hinten, oder? Warte, und da komme ich... Da bin ich hergekommen. Da bin ich hergekommen. Und wenn ich jetzt mit dem... Und da ist ne Bombe. Das Rote, da ist ne Bombe. Oh, warte. Kann ich die Bombe abschießen? Da rennt einer rum. Äh, da steht einer. Hör mal. Oh, da ist noch einer. Ah, da sind sie drei. Und wie kann ich was? Warte, ich kann jetzt aber nicht von da hinten die abschießen. Oder? Kann ich die von hier abschießen? Warte. Mal so wacht. Doch, kann ich. Oder? Komm her. Äh. Wobei, ja, das ist ein Mistgewehr. Jetzt warte. Au, da will ich durch die Scheibe durchschießen. Geht das? Jetzt warte. Ah, ich zoomen. Nein, ich kann nicht durch die Scheibe schießen. Äh, ich zoomen ist. Kann ich da durch? Nee. Nicht so wirklich. Und auf das Fass schießen? Nutzt das was? Wahrscheinlich nicht, oder? Ätze, komm her. Wo ist sie jetzt hin? Wenn das ein bisschen wackelig ist hier. Alter. Äh. Entschuldige, ich bin gerade beschäftigt. Und ich muss da ein paar wegkriegen. Äh, 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 äh. Also durch die Scheiben, durch Autoscheiben kann ich nicht durchschießen. Das ist unangenehm. Kann ich von hier irgendwie? Der kann nur im Stehen schießen, oder? So kann er nicht schießen, nee. Das ist ja unangenehm. Unangenehm. Ah, scheiße. Komm, das ist wackelt. Jetzt komm her. Jetzt haben wir einen. Jetzt haben wir einen. Da ist eine Bombe. Kann ich die abschießen? Kann ich die Bombe abschießen? Sonst komm ich noch in die Bombe rein. Sonst komm ich noch in die Bombe. Wo haben wir jetzt alle? Nee, da guckt immer noch einer. Da guckt immer noch einer. Aber nicht von hinten, oder? Da, 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 da. Oh, da sind ja ein paar. Ätze. Oder stehen die dann wieder auf, die Idioten? Ah, das ist ein klassischer Zombie. Komm her. Komm, 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 komm. Putsch, putt, putt, putsch. Komm her. Mensch, das Ding wackelt hier. Du sollst... Alter, ich kann nicht durch die Scheibe schießen. Geh halt, geh halt. Jetzt, Alter. Alter, Alter, das war ein Präzisionsdanebenschuss. Die Bombe haben wir, ha? Alter, Kaffeepause. Ich muss zu dem Krankenwagen, oder? Ähm, ein Scharfschütze... Uiuiui. Äh, rechts neben dem Krankenwagen ist ein Scharfschütze. Uiuiui. Kaffeepause. Jetzt geh mal vorsichtig weiter, oder? Und ich spiel ja völlig ehrlich, da muss ich alles einsammeln. Da guckt wieder einer. Da oben steht einer. Jetzt warte. Da oben steht einer. Der da. Jetzt, ich muss aber alles einsammeln, weil ich völlig ehrlich spiele. Ich spiele auch leicht. Äh, und hab'n Trainer allerdings nur mit Unendlich Streichhölzer jetzt mal eingeschaltet. Das, was mir hier jetzt natürlich nix nutzt. Ähm, deswegen muss ich ja alles eins... Ui, waren wir da schon? Ne. Hätt' ich da auch durch... Oh, da auch durchschleichen können. Ne, da sind wir ja nicht durchgekommen. Du sollst zwatscheln. Ah, alter, hier ist Zeug. Was ist das? Kann man da aber, was heißt denn das hier? Ach, durchzweckeln. Ach so. Ach, das hätt' man ja mal früher sagen können. Der guckt immer noch. Da ist noch mal nix so. Komm her. Du sollst schleicheln. Da ist noch mal nix so. Komm her. Ne, das sind Streich... Du sollst das nehmen. Voll. Ach, das sind Streichelhölzer. Da haben wir schon genügend. Ähm. Gut. Jetzt gucken wir mal weiter. Golf, das ist ein Golf 1, hab' ich auch gehabt hier. Das ist der Golf 1. Klassischer Golf 1 hier. Ähm. Wo ist jetzt der Idiot? Jetzt warte. Der steht da oben. Und zwar da. Das ist der... Ah. Ah, nee. Der schießt auch auf mich. Das ist so unangenehm. Ah, bis ich da mal hinziehen kann, das ist zum scheiße Schreien. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Ich spiel auch leicht. Jetzt haben wir ihn. Jetzt glaube ich, kann ich mal... Ah, da ist Leute. Da, 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 da. Noch einer. Jetzt wird's schon heller. Jetzt warte. Jetzt switch ich mal auf der da um, oder? Und jetzt gehen wir mal vorsichtig. Das ist ein Golf 1, eindeutig. Hier hinten, das ist die Heckklappe, die Silhouette. Das ist eindeutig der Golf 1. Von vorn gut, von vorn ist er... Ja doch, sieht. Also wenn er jetzt Hundescheinwerfer hätte, wär's der Golf 1. Hab ich selber gehabt. Alter Schwede. Jetzt müssen wir aber alles einsammeln. Kommt jetzt noch einer? Nee. Äh. Glaub nicht, oder? Geh mal. Weil ist kein Auge hier zu sehen. Wäh, wäh, wäh. Jetzt müssen wir aber alles einsammeln. Komm her. Komm, jetzt kann... Ich glaube, ich kann fast ein bisschen schneller gehen. Äh, weil kein Auge ist. Gut. Schauen wir mal, dass wir da durchkommen. Schauen wir mal, dass wir da durchkommen. Jetzt kommt keiner mehr, oder? Da ist... Au, da ist die Bombe. Bombe. Hab ich... Wie bin ich an der Bombe? Vorbeigekommen. Gerade noch hier, hallo. Gerade noch hier. Ah, Munition. Ich kotze. Entschuldigung, das darf ich nicht sagen. Da hinten haben wir alles, gell. Da waren wir schon. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Klassische Golf-Hack-Klappe. Den Winkel haben wir schon, gell. Schleich trotzdem mal wieder hier. Und wo kommt... Muss ich jetzt selber das Auto rüberkraxeln, oder? Und jetzt ist aber kein Scharfschütze mehr. Keine Schafe mehr hier. Und ich muss in das Krankenauto rein, oder wie? Warte, was sagt denn da Lösung? Oh, das ist ein bisschen... Der Krankenwagen... Der Krankenwagen... Betrieb ich ja von der Hinterseite und findet einen... Aha... Oh weih! Ist so ein Kontrollpunkt. Und jetzt hier nochmal alles gucken. Und mal da runter gucken. Oh weih, oh weih! Jetzt kommt aber keiner mehr, oder? Alles einsammeln hier. Oh, jetzt guckt einer. Jetzt guckt einer. Ich muss zwar in den Gangwagen rein. Wo guckt denn einer? Da ist noch einer am Zugang. Da ist noch einer Zugang, ey. Da, nee. Wo steht da einer? Da ist noch einer. Ich muss da rum, oder? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich muss da rüber, oder? Ah, da ist er! Warte, wenn ich auf das Fass schieße. Jetzt hat er sich selber gesprengt, oder? Jetzt hat er sich selber... Ja, komm, jetzt gehen wir da hin. Jetzt hat er sich selber gesprengt. Ohne Scheiße, jetzt hat er sich tatsächlich selber... Ich muss da rüber, oder? Der hat sich selber gesprengt. So ein blöder... Was raucht da? Nee. Und ich muss jetzt da rein. Ich muss... Und wo ist sein Schleim? So ist sein grünes Gel. Wecki, wecki. Weggesprengt. Wie spät haben wir denn? Na gut, jetzt gehen wir... Jetzt schauen wir... Wahrscheinlich ist hier ein Kontrollpunkt, oder? Und da ist nix mehr. Wahrscheinlich ist hier ein Kontrollpunkt. Jetzt fahle ich runter jetzt mal so oft. Und ich muss da rein. Das haben wir schon. Nee, das haben wir noch nicht. Das war der Gegner. Und ich muss das jetzt nehmen. Dann ist aber ein Kontrollpunkt hier, oder? Dann ist aber... Und sonst gibt es hier nix, oder wie? Du sollst das... Nimm das Ding. Das da sollst du... Kartenfragment. 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 Du sollst... Ich will das Ding nehmen. Da ist ein Ding hier. Ritze. Ritze. Und heilen. Heile, heile Segen. Und machen wir jetzt Pause, oder Fluch? Jetzt dachte ich, da kommt einer. Da war ein Kartenfragment. Und jetzt nehmen wir das Ding. Komm her. Und jetzt, eh. Kontrollpunkt. Und jetzt machen wir Pause. Ich schalte aus und wieder ein. Gell, Freunde? Kontrollpunkt. Okay, herzlich... Uh, wo ist da vorne? Der Führer... Äh, Führerstand. Äh, der Fahrerhaus. Führerschein. Äh, jetzt schalte ich aus und wieder ein. Tschüss, bis gleich.